Willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind hier immer noch an unserem Keller am Werkeln, dass der halt mal größer und gräumiger wird. Und wir haben da auf jeden Fall noch einiges zu tun, weil wir haben nicht mal alles ausgehöhlt. Da müssen die Wände noch weg, da muss der Boden noch raus und und und. Es sind richtige Renovierungsarbeiten. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie noch sonst großartige Renovierungsarbeiten am Bauernhaus machen werden. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal nicht davon aus, aber man weiß ja nie. Vielleicht machen wir neue Renovierungsarbeiten hier und dort sind wir mal so irgendwann mal eingefallen. Oder aber wir machen mal tatsächlich mal irgendwelche Räume endlich mal fertig nach tausend Folgen und all so ein Krams. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Geduld. Also ich zumindest und die meisten von euch sicherlich auch. Und deswegen buddeln wir hier nochmal fleißig. Wir hoffen, dass wir hier irgendwann fertig werden. Ihr habt keine Ahnung. Einzige was ich weiß ist halt, wir werden jetzt teilweise Probleme haben, halt die Decke rauszuzimmern und neue reinzuzimmern und und und. So wie wenn man tatsächlich im Real Life auch irgendwas am machen ist. Es kommen immer irgendwelche kleinen Problemchen, einfach mal unverhofft, die einfach die ganze Sache nochmal ein Stückchen weiter erschweren. Das ist irgendwie, Minecraft ist so ein halber Relive Simulator, aber auch nur so ein halber, okay vielleicht nur ein Achtel. Aber ihr wisst schon, was ich so ungefähr meine. So, äh, habe ich noch irgendwas, was ich ansprechen wollte? Ich habe keine Ahnung, es fängt schon wieder gut an. Ich habe schon wieder keine Ahnung, ob ich irgendein Thema vorbereitet habe. Ich glaube ja, irgendwie nicht. Wow. Ja, das ist auf jeden Fall ein tiefer Absturz. Äh, es gab mehrere Informationen halt, die ich weitergeben wollte, ähm, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Es ist nämlich hier eine relativ spontane Aufnahme, weil gleich muss ich halt zur Arbeit, bevor wir halt noch das Video zum Rendern aufgeben und so weiter und bearbeiten und so das übliche. Und, naja, ne, also heute, die Folge, die heute rauskommt, könnte sein, dass er später rauskommt. Ich hoffe nicht. Und selbst wenn, dann ist es ja immer noch nicht so schlimm. Ne, aber halt, ähm, wenn die später rausgekommen ist, dann halt, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Theoretisch sollte dem aber nichts im Wege stehen. Ja, warum, wieso, weshalb ist das jetzt eigentlich wieder so, dass ich diese Folge hier etwas, ähm, kurzfristig wieder prozessiert habe. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube fast, das hängt damit zusammen, dass ich mal geschlafen habe. Ja, und jetzt haben wir 2 Uhr nachts, morgens, keine Ahnung, mittags, nein, mittags ist nicht, also 0,231 haben wir es gerade. Ne, um 4 muss ich los, das heißt, ungefähr eine Stunde darf das Video maximal zum Rendern brauchen und so was. Und, naja, was passiert, wenn man schläft, wenn man sich mal die Freizeit nimmt, ne, einfach mal zu schlafen, eine Frechheit einfach nur. Ich weiß, ne, aber habe ich mal gemacht. Ausnahmsweise kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es, obwohl, ne, das ist, das ist unwahrscheinlich, dass ich das verspreche. Aber, ne, dachte ich es so, ja, legst du dich erstmal hin, ein Stündchen, einfach mal so, ne, weil, ich kenne das manchmal, macht es halt das Wetter oder so, dass es halt ein, ultra müde wird. Und, denkst du so, ach ja, Stündchen hinlegen, ausruhen, dösen, Pussekuchen, pennst du ein und dann hier gleich 11 Stunden, na, Halleluja. Ich habe 11 Stunden gepennt, super. Da bedachtest du ja vorher so, noch während ich auf der Arbeit war, ich hatte heute im Haus eine so halbe Frühschicht, kommt auch nicht so oft vor, ähm, hat man sich so gedacht, ja, wenn du dann zu Hause bist, dann nimmst du deine erheblichen Folgen, äh, Minecraft-Aufnahme, drei Stück, hast du wieder bis Samstag, was, hm, ist doof gelaufen, so ein bisschen, äh. Aber gut, dass ich mir für den Fall eines Falles dann immer noch ihren Wecker gestellt habe. Ne, ich bin ja dann vorbereitet, selbst für den Fall eines Falles, dass dieser Fall eintrifft, dass ich tatsächlich mal schlafe, dann klingelt dann mein Wecker dann wirklich rechtzeitig. Ne, den stelle ich dann extra. Vorher, bevor ich mich dann irgendwo hinlege. So viel Zeit nehme ich mir dann immer noch. Sonst verpenne ich eventuell noch zur Arbeit, das, das geht gar nicht. Ne, es ist so, Schulzeit vielleicht hier und dort einfach mal passiert, aber Schulzeit war sowieso, naja, ne. Ich hatte immer kein Problem damit, zur Schule zu verpennen. Ne, also, ich meine, ich habe sowieso nichts großartig verpasst. Außer halt, dass andere auch verspätet waren oder sonstiges. Aber sonst, ne, obwohl ich bin ja hier auch im Bildungsauftrag. Liebe Kinder, geht fleißig zur Schule und verpennt mich, das ist ganz schlecht. Kriegt ja nichts mit vom Unterricht. Zumindest, nicht den unwichtigen Kram. Oder seid zumindest da, wenn ihr in der Arbeit schreiben müsst und bestätigt damit eins. Dann könntet ihr wenigstens sagen, hey, ich muss nicht zur Schule, ich weiß das alles schon. Ne. Aber naja, so ist das. Da penst du mal und dann sowas. So, ich muss jetzt hier einmal ganz kurz hier wieder ganz eine kleine Radatsche ablegen. Haben wir wieder viel zu viel von dem ganzen Mist. Ich packe das auch mal alles hier rein, komm. Nicht lange sortieren. Wir wollen ja mal machen, ne. So, alles her. Gerade auch die Erde, falls wir wieder irgendeine Wüste zuterraformen wollen. Das kommt ja auch gar nicht mal so selten vor. Alter, was hier alles angeflogen kommt, das ist ja unglaublich. Haben wir das jetzt alles jetzt hier jetzt gerade eben gemacht? Das ist ja, wow. Das hörte gar nicht auf. Echt nicht. Also langsam wird es weniger. So, dann packe ich auch mal ganz kurz. Ganz kurz. Ähm. Hier mal so ein bisschen was rein. Dann kann da nämlich ein bisschen Steine brutzeln. Aus dem Grund, weil wir werden ja hier Steinstufen verlegen. Ich glaube fast, dass unsere Steinstufen, die wir insgesamt so haben, eventuell schon fast ausreichen könnten. Ich weiß halt auch nicht, ob ich hier und dort eine Wand nochmal vor- oder zurückziehen werde oder so was. Das werde ich im Nachhinein nochmal gucken. Für die Wände, die ich mir halt jetzt so überlegt habe, werden wir wahrscheinlich die Wand, die halt dort ist, ein Stückchen einen Block weit nach vorne ziehen. Weil das sonst nicht funktionieren könnte. Unter Umständen. Ne, aber das gucken wir mal. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt dann auch die Möglichkeit, dies und das und alles und jenes zu machen. Ne, erstmal so das Gröbste vom Gröbsten. So, dem Fliesenleger in Spee hier raushauen. Und dann mal gucken. So. Ne, ich habe mir nämlich so gedacht, hey, Fliesen hast du nicht so oft hier in Minecraft. Außer halt irgendwo, was ja ehemals Neumoria werden sollte. Und dann haben wir uns hier da anders entschieden. Und dann kommt da ja auch dann der Boden auch wieder raus. Und deswegen dachte ich mir so, mach es mal hier Fliesen hin. Jetzt mal eine neue Bodenart. War eigentlich nicht so oft. So, der ganze Käse hier kann natürlich auch weg. Wobei, den muss ich jetzt nicht hier haben. So. Das hätten wir. Und dann bauen wir uns natürlich hier immer wieder überall durch. Und hoffen, irgendwann mal hier fertig zu sein. Also ich sehe schon, das Ganze hier nimmt fast so große Ausmaße dann irgendwann mal wie auch in der Pyramide. Weil es halt viel, viel Arbeit ist. Aber naja, es soll sich ja auch lohnen. Wir sollen ja dadurch halt einen größeren Stauraum haben für alles und jenes und dies und das und alles. Ne, und solange es sich lohnt, soll ja keiner meckern. Oder? Oder vielleicht doch? Ich weiß nicht. So. Aber sonst habe ich jetzt gerade echt so aus dem Stehgreif kein Gesprächsthema parat. Außer halt, hey, verpennen, hey. Ich penne. Ne? Aber naja, muss. Ich glaube, es ist manchmal gar nicht mal so verkehrt, wenn man mal schläft. Auch wenn das Wetter nachgeholfen hat. Aber naja. Hat das Wetter vielleicht gut gemacht. Ich weiß es nicht. Dafür bin ich da aufgewacht hier mit Sturm und Regen und Gedöns. Weißt du, dass es dann so, ich mag das, wenn du dann aufwachst und es plätschert so gegen das Fenster. Finde ich töfte. So, jetzt hier nur mal aufpassen, dass ich nicht hier einfach in irgendein Loch falle. Wenn es so ein gesellschaftliches. Indem ich sowieso schon seit der Eon gefangen bin und so fort. Aber ich sehe schon, wir werden hier auf jeden Fall viele, viele Blöcke verwenden, um hier das dann irgendwie mal auszufüllen. Wir werden auch teilweise dann halt wieder Blöcke wegnehmen, um dann halt Bodenbeleuchtung halt zu machen. Wir werden aber halt auch von der Wand aus das Ganze hier beleuchten. Und, 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 und. Also die groben Pläne stehen. Muss halt jetzt nur noch alles umgesetzt werden. Und ich darf mir nicht so viel verbauen, weil das kostet alles unnötig Slabs. So. Okidoki. Ja, und wieder verbaut. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Wenn ihr irgendwie gerade mal nichts zu tun habt, dann schreibt mir auch mal einen Kommentar in die Kommentare mit einem Gesprächsthema, dass ich dann heute, wenn ich dann heute dann nochmal aufnehme, dann mal irgendwie aufgreifen soll. Weil ich hätte ja dann heute, wenn ich dann von Arbeit komme, auf jeden Fall dann halt nochmal aufnehmen. Und dann halt auch mal die übliche Minecraft 3 Folgen Session. Kennt man ja schon, das Übliche. Und, ja, wenn ihr da ein Gesprächsthema habt, das ich einfach mal ganz spontan anschneiden soll, dann einfach mal ab in die Kommentare damit. Und jetzt kommt nicht mit sowas wie, wann kommt Terraria? Am 1.1.2016. Beantwortet. Muss ich nicht mehr drüber reden. Warum kommt es erst am 1.1.? Weil ich das so bestimmt habe. Klingt komisch, ist aber so. So, jetzt haben wir dann gleich hier schon ein Sechzehntel oder sowas an Boden hier fertig. Wir haben hier viel zu tun. Habe ich das schon erwähnt? Nein, bestimmt noch gar nicht. Und da halt teilweise noch Decke raus. Bei der Decke bin ich mir noch unsicher, was ich da halt tatsächlich für ein Endmaterial benutzen werde. Hier müsste ja sowieso noch eine Schicht Decke raus. Wir werden hier nie fertig. Die nächste große Baustelle, neben allen anderen. Unglaublich. Ah, naja, was willst du machen? Ist halt so. So bin ich. So werde ich immer sein. Und so weiter. Ne? So, hier haben wir eine Fackel hin. Damit es hier nicht zu dunkel ist. Wobei ich glaube, wenn ich jetzt hier das Areal verlassen würde, würde wahrscheinlich unter Umständen tatsächlich irgendwo irgendwas spawnen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es hier und dort ein bisschen zu dunkel sein könnte. Nicht, dass er mir das unbedingt wünschen würde, aber ich würde es mir halt vorstellen. Ich wollte mir immer noch eine Mod installieren, die mir halt anzeigt, Hey, Vorsicht, hier dunkel, hier mehr, mehr Licht. Er liegt Moor, Licht und sowas. Weißt du? So ungefähr. Aber ich mich immer noch nicht schlagen würde. Es gibt zumindest so eine Mod, das weiß ich inzwischen, aber ob das jetzt auch für meine Version gibt, das ist ja dann nochmal so eine Raketentechnologie für sich. Ne? So. Machen wir hier kurz mal ein bisschen was weg. Alles, was hier jetzt nicht hin muss, kann weg. Zack. Machen wir da eine hin, im Falle eines Falles. So. Und dann kommen wir auch schon fast am Ende der Folge an. Dann kann ich, dass ich eben schnell die Folge gleich rendern. Und, 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 und. Ach so, ich habe keines Netz mehr. Ja, dann holen wir es nochmal eben Slabs. Ich lappe die Slabs, Slabs. Mach schon wieder die Zombies hier. Dann nehme ich die hier gleich mit, nehme ich die auch nochmal mit, pack das hier alles drüber, das hier auch nochmal, und dann habe ich es für das erste, da habe ich wieder ein paar schöne kleine Stein-Slaps, Stein-Slaps, spitze Steine, die ich hier einfach mal verwenden kann, ne, und dann irgendwann, Folge 1237, sind wir vielleicht fertig mit dem Lagerhaus, hier, es ist, es dauert. Wahrscheinlich bin ich jetzt Folge 1237 noch nicht fertig, so wie ich mich kenne. Ich kenne mich ja jetzt schon ein, zwei Tage, manchmal auch ein bisschen länger, je nachdem, wie weit ich mich erinnern kann, und dann stellst du fest, hey, hey, du bist ja immer noch scheiße, also, ich sagte es dann manchmal, zu mir, ich weiß, ich soll das nicht, aber ist so. So, gut, wir machen dann nächste Folge weiter, wo wir dann mutterfröhlich hier Fliesen legen, und ich weiß auch nicht, was machen. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen, und bis dann.